Versuchen wir uns hier auch mal mit dem Alchemisten. Den anderen hatten wir ja in der letzten Runde. Wieso so komische Masken-Outfits? Wieso so komische Masken-Outfits? Blüttel Kann ich irgendwie die Klasse wechseln, wenn ich tot bin? Ich muss einmal schauen, wie das geht. Sollte ja hoffentlich gehen, weil das gefällt mir so gar nicht hier, das Vieh. Daaaah! 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 ja ich bin schwer verletzt ich bräuchte was zum heilen ja 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 Was ist das? Wobei bleiben wir noch ein bisschen bei Schuhen, als ich so still bin. Ich bin vollkommen im Spiel, so gesehen. Oh, alle stöhnen ein bisschen, okay. Hey Kumpel, komm mit. Hey Kumpel. Hey Kumpel. Hey Kumpel. Hey Kumpel. Hey Kumpel. Hey Kumpel. Tötete den letzten. Ich will mich nicht unter uns geopfert haben. Ich mach den kalt. Nein, 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 nein. You're dead! Fireball! Give me life! Nein! Fuck! Blöde fliegende Bastardsau. Sehr gut, hast ihn schön gesprengt. Schnell zu unseren Kollegen da hinten. Ja, fuck. Böse Mieze Katze. 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 Na, lassen wir sie... Wo sind sie denn? Wo? Wo? Blind! Da müssen wir uns ja alle gerade noch so den Arsch retten. Nein! Fuck! Der hat nur 30 Leben gehabt. Ah, Mano! Okay, so langsam freu ich mich mit mir da klasse an. Weil wenn die Gegner nahe sind, ist das echt... Oh! 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 Nein! Wieso ist denn der nicht durchs Feuer gelaufen? Oh! Das Blau sind über dem Tier. Hm. Alter, Minister Mieze Katze hat 20 Kills. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Ach, Mann. Spiel gewonnen, juhu. Unser erster Sieg in diesem Spiel. Beziehungsweise unser erster Sieg, so Gesamtsieg, meine ich. Puh, coole Sache. Also, macht Laune. Und wie schon in der letzten Episode gesagt, wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder ein Däumchen hoch freuen, dass ihr mir mal sagt, ob ich weiter an North God Let's Playen soll oder ob wir vielleicht nochmal zusammenspielen wollen. Schreibt das mal in die Kommentare und gebt ein Däumchen nach hoch, um so euer Feedback zu geben. Und dann werde ich ja sehen, ob ihr weiter das Spiel sehen wollt von North God oder auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder und ich wünsche euch alles Gute. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.